Okay, wer ist tot? Alice. Wer fand die Leiche? Rose. Okay, wir haben natürlich einen Ermittler. Die modern. Wir haben einen Verdächtigen. Edward. Aber Eddie hat ein Alibi. Seine Tochter. Deshalb gibt es natürlich noch drei andere Verdächtige. Einmal der Bruder. Als zweite Verdächtige haben wir die Schwestern. Und noch einen dritten Verdächtigen. Die ganzen Geschwister hier. Was wird das? Okay, wer war es letztendlich? Bela, du Gottlose. Und wer muss für Bela ins Gefängnis? Nicht Jakob. Nein. Aber Sie wird die Schwestern für die Schwestern gelangt. Ich räte sie nämlich um!